Shoppen bei den Champions. Du siehst, dass es ein Eisbärenmarkt ist. Von draußen als auch von drinnen. Die Emotionen spürt man schon direkt, wenn man hier ankommt und man sieht das Gruppenbild direkt. Du hast die Spieler der letzten Saison. Du hast wirklich das Gefühl, dass du in einem Meistermarkt bist. Viele kleine Details. Es sind viele neue Bilder dazugekommen. Es ist schon sehr, sehr schön. Es ist zum Beispiel auch die Bande hier dazugekommen. Zur Krönung natürlich der Pokal, der da hinten steht, den du dich fotografieren lassen kannst. Das ist schon einmalig. Unser Bezugsleiter ist großer Eisbären-Fan. Ich bin großer Eisbären-Fan und die Stimmung schwappt auch im Team über. Ich habe mich da in der Backkriege, das ist ein bisschen nett. Bei dem Power-Fuchstück. Ich kann nicht sagen, dass ich es nie gesehen habe. Du hast das Gefühl, du shopst mit Leo Pföderl, mit Tobi Eder, mit ganz hinten ganz groß. Marcel Nöwels, das ist schon bemerkenswert. Von der Arena bis zum Markt sind es mit der S-Bahn nicht mal 20 Minuten. Meisterhofer Straße in Köpenick. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, dass du hier auf dem Markt auf den Markt sehen kannst. Enjoy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017